Zwölfter Spieltag in der Kreisoberliga, Gebiet Sächsische Schweiz, Ost-Erzgebirge. Samstag, der 18. November 2017. Auf dem Kunstrasen der Sportanlage Pirna-Sonnenstein stehen sich heute gegenüber der 1. FC Pirna, aktuell Platz 11 in der Tabelle und als Gast der SV Blaugelb-Stolpern. Auf dem 9. Platz im Moment, allerdings schon mit einem Spiel mehr als der Gastgeber. Liebe Sportfreunde, sehr geehrte Gäste, wünschen wir uns ein interessantes und klares Punktspiel. Ja! Ja! Einmal! Komm! Ein! Einmal! 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 Hey, die Leine vergessen! Ich kann die Leine vergessen! Halt! Einmal! Komm, komm! Heldet ihr? Ja, der steht! Schick, schick, schick! Halt! Ja, der steht! Er ist ein Mal, der steht an! Ja, ja, ja. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Ja! Komm! Du! Ja! 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 Achtung!